Herzlich Willkommen bei S21V TV und ich fange nochmal an. Herzlich Willkommen bei S21V TV. Wir schauen uns heute wieder Regionalbahnhof Baustelle Stuttgart-Vehingen an. Gerade ist der IC2 durchgeflitzt und auf Bahnsteig hat sich einiges getan. Hier haben wir gerade gesehen das Warteverrischen kommt. Und das Wasser schon wieder. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!